So, und schon geht's weiter bei Jaina's Sisters Twisted Dreams. Zauberberg. Und ich hoffe ja auch, dass die Aufnahme diesmal stabil bleibt. Aber es sieht jetzt schon deutlich besser aus. Von der Framerate. Ui, schon der erste Checkpoint. Da sind wir früh. Ist da unten was? Ne. Okay. Au. Da ist bestimmt ein Riesenkristall. Oder auch... Gar nichts. Ne, nur kleine Kristalle. Okay. Und runter. Bupp. Oben auch nix. Uhu. Beinahe hat mich die Eule erwischt. Schwierend Checkpoint. Moment. Ah, wenn's unten weiter geht. Wirbel ich mich mal hier hin. Was dann? Hier unten? Sind hier nur Eulen. Beziehungsweise nur die eine. Die muss jetzt leiden. Aber sowas von. Weil er unten kein Riesenkristall war. Ah, das hab ich auch nötig gemacht. Auf den Gegner wirbeln. Auch lustig. Eing. Denkmal da oben war nix. Ah, Eule. Und... Sag mal du auch. Und du erst recht. Nein. Nein, so nicht. Fängt das schon wieder an? Dem Failen. Ich hoffe mal nicht. So. Na, also. Mhm. Die krieg ich schon noch. Ja. Da ist ein Checkpoint. Und da... ...liegt ne Eule rum. Also, auf zum... Halt! Zum Checkpoint, wollte ich sagen. Ja, eigentlich eher zu dem Kristall. Nein, das wird kein... ...Fail-Marathon, wollte ich grad sagen. Nein, nicht schon wieder. Naja. Oder so. Wo war jetzt der Kristall? Ach, hier. So. Jetzt ist wurscht, wenn ich fail. Okay, da unten ist nix. Ich wollte nur schauen. Blaue Eule. Krieg gleich mal eins auf die 12. Und die auch. Äh, du nicht. Dich verschu'n nicht. Ah, so. Kein Riesenkristall. Ich bin enttäuscht. Hui. Aber vielleicht. Hier oben. Das sieht jetzt mal nicht danach aus. Nein. Doch. Okay, wir können in alle Ruhe jetzt weiter. Checkpoint. Bloß nicht, bloß nicht. Ah, okay. Okay, okay. Nochmal ein Riesenkristall? Nö, dafür Mini-Kristalle wieder. Aber ist auch nicht schlecht. Was habt ihr davon? Ah. Unbewusst zu einem Riesenkristall gekommen. Nicht schlecht. Nein, aber die Kristalle will ich haben. So. Also noch. Checkpoint. Muss erscheinend ziemlich lustig sein, auf die Gegner zu springen. Okay, das... Uh. So, ein bisschen konzentrieren jetzt. Na ja. So viel zum Thema konzentrieren. Das haben wir gleich. So schwer ist es jetzt hier nicht. Sag doch, so schwer ist es nicht. 230. 230. Okay. Okay. Nicht nach unten. Nach rechts muss ich... Das heißt, hier hoch erstmal. Ach komm, da ist es doch bestimmt. Nein. Ja genau. Die Eule hätte mich jetzt noch... Gepackt oder was. So schaue ich aus. Dass mir die Eule hier angreift. Ah ja. Riesenkristall. Hä? Wo geht es hier hin? Aha. Ich denke mal, drei Riesenkristalle gibt es in dem Level. Ah, okay. Okay. Kann ich hier... Uh, 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 uh. Erstmal in den Gegner rein. Beinahe. Ähm... Ja, so. Da ist nix. Ups. Hm, Checkpoint? Aber da wäre es irgendwo auch rechts weitergangen. Egal. Links weiter. Und genau in die Eule rein. Ja, Riesenkristall. Ich wusste es... Irgendwo. Egal, ich habe den Riesenkristall. Ging jetzt so... Schneller. So. Ich denke jetzt... Oh, 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 oh. Ich habe den nächsten gesehen. War gerade so erfreut drüber, dass ich gleich in die Eule rein... ...gedash bin. Ja, gedash nicht. Dann wäre jetzt die Eule K.O. Ja, den Kristall will ich haben. Ich sage jetzt mal nicht, dass wir jetzt alle Riesenkristalle haben. Am Ende sind es dann doch... Ah, okay. Ende vom Level. Ich weiß, da waren jetzt... Ah, da war doch rechts nur einer. Naja, da war rechts doch nur ein Riesenkristall. Tickender Leuchtturm. Oh, weiter geht's. Hm, das sieht nicht schwer aus. Nö. Nein. Uhu. Nein, will ich jetzt nicht riskieren. Also, ich weiß, da war es schon mal um... So, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, da war es... Das ist ja auch nie. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, da war es... Es ist ja auch ein Riesenkristall. Aber ich weiß nicht.